Hallo, ich bin wieder der Milan aus der Jule 7 und heute gucken wir uns an, wie wir ein Ei zum Schwimmen bringen. Dafür brauchen wir ein Glas Wasser, Salz, ein rohes Ei und einen Löffel zum Umrühren. Jetzt schütten wir Salz ins Wasser und rühren, bis das Ei hochsteigt. Schaut mal, das Ei schwimmt. Nach einer ordentlichen Schuppe Salz und viel Rühren hat das Ei schwimmen gelernt. Wisst ihr denn, warum das Ei schwimmt? Der Clou dabei ist, dass das Ei erstmal schwerer als das Wasser ist und durch das Seil das Wasser schwerer ist als das Ei. Für euch war es beim Nachmachen. Prost!